da über die Kleine Leben und Rollen das Blöde ist dass ich das Zeug hier nicht abbauen kann die Güte Ich kann das Zeug hier nicht abbauen. Warte, einset den einen. Das Zeug nicht abbauen. Ja, das passiert. Das kommt davon, wir müssen mir keine Sticky-Bomben machen. Eine. Naja. Ich finde es ja schön, dass sie mir dabei zugucken, diese Viecher. Wow. Damit muss ich mal runter. Jawohl. Jetzt habe ich so eine komische Kugel. Eine. Ein hobbel, ein chillt, was da in deinem Bein. Ein seltsames Gefühl geht mir ein. Ein schreckiges Gefühl geht mir im Körper hinunter. Egal. Äh. Ja. Das hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Ich kann mir schon mal sagen, was da passiert. Äh. Also, mal sehen. Wenn ich so eine Kugel zerstöre, bequält daran, also nächstes ist eine Waffe befallen. Äh. Hesti. Oh, super. Hesti sogar. Eine Moskete. Eine Schusswaffe. Halt. Oh. Oh, weißt du. Es sind halt einiges zu finden. Zudem. Da ist auch mein Herz. Aber da komme ich nicht runter. Nive Crystal auch noch. Sehr gut. Äh. Äh. Ja. Jetzt ist nämlich alle Dames, die da auch aufgetaucht. Das ist auch sehr gut. Weg. Nicht da drüber rollen. Ach, das ist also dumm. Bam. Nein, das sind zu viele. Du wagst jetzt meine Kerzfackel kaputt zu mischen. Boah. Ja, ich bin zugegangen. Zack. Na, schade, nicht weit genug. Ich gehe noch ein bisschen weiter hier in diesem Gebiet um. Das ist nämlich absolut krass. Und jedenfalls, wenn ich drei von diesen Kugeln kaputt mache, dann schiebt es. Und kommt ein Boss. Das ist auf jeden Fall saukomisch. Ich glaube, den habe ich sogar schon mal geschafft, mit dem Goldschwert zu besiegen. Äh. Das Problem ist, wie gewöhnlich sind die sind immer so komisch. Deswegen hat man da sehr große Probleme, da hochzukommen. Beziehungsweise man kann es gar nicht schaffen, wenn man kein Enter hat. Oder das eventiert schon wieder nicht auf, immer noch wie vor nicht auftritt. Wahrscheinlich würde ich da manuell rufen müssen. Das kann man nämlich auf verschiedene Seite ausführen. Manuell oder eigentlich in dem man, die mir gewisse Anzahl dann, Forderung erfüllt sind. Dann würde ich das wahrscheinlich jetzt manuell tun. Einfach mal so. Nein. Und so bin ich. Ihr glaubt nicht, was ich glücklich habe, muss nur mit dem Wasser zu landen. Hör dich. Oh. Oh. nicht die Schuhe Kras und umgehung hier hat sich die Kooperation und unterneinander vermischt das ist erst mal zu sehen dass die zwei Flügel das ist für mich nicht genommen ach du scheiße was hier los klar durch den Job das ist immer ganz viel Wasser geht weg das ist kein Wasser das ist eine Quelle, nur noch Wasser geht doch mal da weg fliegen Stein runter und schon wieder Viecher geht doch mal weg nicht ich hab's hinter mir und kommen wir in den nächsten noch viel schlimmeren Biomen dem Dschungel ach du Gott, ist das hier nicht für den Berg? da ist ja gleich mal dummer Moskito und wieso hab ich jetzt hier Hallo? da ist er wieder ah jetzt ist er wieder irgendwie ist meine Matamata das hast du grad ein bisschen kaputt das ist unser duner Schifftast der schon wieder hinweilig bin ich genannt wo den Boden gestammt werde allweilig in die Höhle rein da hat es keine Hüfte da müssen die schon ein bisschen corruption so, das ist die Dschungel deiner Höhle überspringt... ich... ah Mooglo ich tränke nur zurück ich hab mal gehört was früher es... oh Gott jawoll, ein Meteorites gelandet da, perfek, perfek, perfek ich hab mal gehört Gerüchte, jetzt kocht die Gerüchte Küche wieder über und wo ich hab mal geplatziert ich hab mal gehört, dass die... das ist früher nur den Untergrund das ist ja dunkel früher nur als Untergrund Biom gab ihn, die der Pilswald aber das er so schwer sei zu finden, dass man den irgendwann gesagt hat man überlege ihn und da ist schon was dass man ihn auf den Obero ein... oh ne der zwei schlimmste Viech von den beiden Viechern über hau... gib so... ahhh geh weg, geh weg ahhh verdammt 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 Patz das ist... ich kann nur einen Heildrang trinken ich kann nur einen Heildrang trinken wow im Dschungel ist allgemein... äh eieieiei kann mir nicht die tiefe im Dschungel brennen ich bin tief schon das ist gesch... ahhh unfassbar wie weit läuft der Dung noch ist das das ist wirklich glaub nicht uuuuund du fang die... fläben noch gibt die Punkt ähnlich wie im... Corruption auch so ein komisches... gewächs das ein... schaden macht und schnacheln dann kommt die nächste Wiener und weg dich jetzt gleich um da 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 Aaaaah, vor allem das ist er so! Ah, sehr gut! Jawohl, das hat mich auch mein ... ... hat auch mein Verhandlungsgleich geöffnet! Aaaaah, Gewächse! Gewächse! Geh weg! So! Noch in den Herz! Hier im scharfen Land! Na komm, wir haben jetzt noch ne Fresse! Ach, da hat er der nächste Gegner hart! ... und den Menschenfresser! Weil ich der Verliefer auch sehr gerne ... ... nur der Welt ja auch ein Sinn ... ... interessantes... Goldkässe der Müllisvertrag! Toll! ... 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